Lang, lang ist es her, dass wir ein Fullface mit Make-Up-Neuheiten geschminkt haben. Und mich hat gestern ein Paket erreicht mit so vielen krassen, spannenden Produkten, die irgendwie alle immer auf meiner Liste waren und jetzt auf einmal bei mir angekommen sind. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt zu einer neuen Runde. Ähm, meine Liste ist lang, egal. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr süßen Mäuse. Ich habe ein Paket von Purish erhalten mit vielen, vielen Produktneuheiten, die spannender und vielseitiger gar nicht sein können. Und ich weiß, ihr seid kleine Mäuse, die es doch auch gerne mal ein bisschen ausgefallener mögen. Deswegen hat Purish mir ein Paket geschickt und Produkte hier reingepackt, wo ich noch nicht so weiß, wie ich sie alle in mein Gesicht kriegen soll. Mein Gesicht ist zwar groß, aber so groß ist es auch nicht. Aber wir kriegen was hin. Ich sehe aus, als wäre ich frisch, weiß ich nicht. Aus London mit meinem People. Ach, was ist eigentlich mit meinen Haaren los? Freunde, zuallererst hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr eine wunderschöne Woche hattet. Und falls nicht, hoffe ich, dass euer Wochenende ein bisschen besser wird. Ich habe mich langsam richtig schön hier im Haus eingelebt. Ich fühle mich sehr, 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 sehr wohl und freue mich mit euch jetzt hier regelmäßig wieder Videos zu drehen. Ich wollte euch einmal kurz sagen, was Purish mir geschickt hat. Und zwar mit dem Code maximbeauty20 bekommt meine Community 20% Rabatt auf folgende Marken. Made by Mitchell, Dominique Cosmetics, Nabla, Leafy Cosmetics, Ultraviolet, Glamlite, Westbahn und Catrice. Also wirklich eine ziemlich, ziemlich große Menge und auch mit Marken, die recht teuer sind. Und heute wird das wirklich eher so ein Full Face First Impression, außer ein Produkt. Das habe ich tatsächlich schon getestet und mag ich sehr gerne. Deswegen freue ich mich, dass es dafür auch einen Code gibt. Ganz wichtig, ich sage es immer dazu, das ist bei mir kein Affiliate Code. Also ich kriege kein Geld, wenn ihr was über den Code kauft. Ich arbeite mit Purish einfach schon sehr, sehr lange zusammen und würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten mit dem für mich verrücktesten Produkt. Und zwar hat Dominique Cosmetics ein neues Produkt rausgebracht. Und das ist dieses Schätzchen hier. Das ist ein Concealer. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich sehe Made in Korea. Das ist ein Concealer. Ich habe ihn in der Farbe Oat Milk. Und das Spannende ist, ihr werdet es bestimmt schon bei anderen gesehen haben, das Füßchen ist kein Flock-Applikator, so wie ihr es sonst kennt von Concealern, sondern das ist ein, ich probiere es mal abzumachen, ein Edelstahl-Füßchen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, hä, wie soll das denn funktionieren? Keine Ahnung, wir probieren es einfach aus. Ich gehe hier mal rein und wir tragen ihn uns jetzt einfach unter meine Augen auf. Es fühlt sich sofort sehr, sehr kühlend an. Es kommt auch gut Produkt ab, tatsächlich, aber nicht so viel, wie ich sonst benutzen würde. Er fühlt sich sehr leicht an und das ist echt spannend. Das Füßchen ist ganz kalt. Ihr seht es, ne? Also das Produkt kommt ab. Ich habe jetzt noch nicht den Mehrwert davon mitbekommen. Ich werde aber mal schauen. Vielleicht finde ich ja ein paar Informationen online, dann blende ich euch das hier einmal ein. Und arbeite mir den Concealer jetzt erstmal an den Stellen auf, die ich so ein bisschen aufhellen möchte. Die Farbe sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe tatsächlich keine Farbe durchgegeben vorher. Deswegen schauen wir mal, wie sie funktioniert. Ich nehme mein Microfiber Multitool Mini dafür. Ist ab heute offiziell verfügbar. Und blende das Ganze einmal aus. Er hat eine sehr gute Deckkraft. Er fühlt sich ganz, ganz leicht an. Ich überlege gerade, womit man ihn so ein bisschen vergleichen kann. Mir fällt jetzt spontan aber nichts ein. Also ihr seht sofort, wie krass er aufgehellt hat. Und ich glaube, durch diesen kühlenden Applikator nimmt man auch nicht zu viel Produkt. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen hier. Und ihr seht, man kann gut Produkt auftragen. Und es gleitet halt auch sehr ebenmäßig über die Haut. Das ist mir neulich aufgefallen bei, ich glaube beim Anastasia Concealer. Der hat ein sehr, sehr großes Füßchen. Und wenn ich, ich benutze ja sehr viel Pflege und sehr viel Foundation. Und dann bin ich zu fest mit dem Applikator auf meine untere Augenpartie gehe. Dann schiebe ich mir die Foundation weg. Und dann ist da eine Lücke. Wisst ihr, was ich meine? Und das sieht dann irgendwie immer komisch aus, sobald ich es fixiert habe. Deswegen habe ich große Hoffnungen für diesen Concealer. Er lässt sich extrem schnell einblenden. Also das merkt ihr sofort. Oder ihr seht es sofort. Er hält gut auf. Die Farbe passt jetzt tatsächlich auch wirklich sehr, sehr gut. Und Oatmilk. Oh ja. Also alleine wegen des Füßchens finde ich das spannend. Der ist nicht so super, super creamy, sondern so ein bisschen, ich will nicht sagen auf der matten Seite. Er hat schon ein bisschen Bewegung, aber er sieht so aus, als würde man ihn nicht setten müssen, wenn man das nicht möchte. Deswegen lasse ich ihn jetzt auch erstmal ein paar Minuten so und wir machen ein bisschen weiter mit einem meiner liebsten Produkte tatsächlich. Und zwar sind das die Nabla 2 Reasons Blushes. Das ist ganz verrückt. Ich hatte euch das schon mal gezeigt. Ihr habt hier ein Cream Blush. Super, super, super pigmentiert. Und hier so ein Gel. Das könnt ihr auf die Lippen setzen und dann verblenden. Oder ihr könnt das als Blush benutzen. Ich freue mich, dass es auf Nabla auch 20% gibt. Holt euch, falls ihr die Mystery Box nicht bekommen habt, unbedingt den Nabla Primer. Den Angel Aura Primer. Ich will den jetzt nicht benutzen. Ich wollte den aber euch nochmal zeigen. Also auch da gilt der Code drauf. Die sind halt sehr krass. Vor allem, wenn ihr kein Make-up benutzt, also keine Foundation benutzt und das nur auf eure Haut setzt, sieht eure Haut so edel aus. Ganz, ganz feucht. Richtig, richtig krasse Textur. Ich gucke mal, dass ich euch das Video hier oben in der Ecke verlinke. Was ich noch bekommen habe, und da bin ich recht aufgeregt, sind von Made by Mitchell die Blushs in neun Farben. Einmal in Strawberry Cream und Love Lies. Ich swatche euch mal ganz kurz, weil ich glaube, dass Love Lies jetzt nicht unbedingt bei meiner Hautfarbe der richtige Ton ist. Ist ein richtig, richtig schönes, schönes Flieder. Ich habe hier aber noch die Farbe Strawberry Cream. Und das ist etwas, das finde ich eigentlich ganz schön. Die gehen so ein bisschen in die Pastellrichtung. Kann man gut auf dem Auge, kann man gut auf die Nippe und du kannst damit alles machen. Ich habe mittlerweile auch hier immer einen stehen. Und zwar den Blush Pink Links. Und wisst ihr was? Wir sind jetzt einfach mal mutig. Ich habe das ja alles hier und das wird eh so ein Spielvideo. Ich gebe noch ein bisschen Pink Links mit rein und mische mir jetzt in Kombination mit diesem Hot Red aus der Nabla Kollektion einen, wow, krassen Ton. Seht ihr das? Das ist jetzt, das ist ganz verrückt, die Blush Lights sind das hier mit diesem Schimmer drin. Die sind besser, finde ich, als die Charlotte Tilbury Glow Wands. Die gibt es in so vielen Farben. Ich habe ihn auch hier beispielsweise in der Farbe Champagne Spray. Das ist ein 1 zu 1 Dupe von der Farbe her zumindest. Zu dem von Charlotte. Also probiert die Dinger mal aus. Ihr könnt damit wirklich alles machen. Das ist schon krass, was er da gemacht hat. Ich nehme ein Brush und gehe jetzt hier einfach mal rein und arbeite mir das Ganze hier in meinem Handrücken erstmal in den Pinsel. Und jetzt setze ich das hier einfach mal rauf. Und dadurch habe ich natürlich jetzt so ein... Wow. Die Textur ist halt bemerkenswert, ne? Seht ihr das, wie die Haut reflektiert? Also diese Blush Lights sind schon krass. Aber ich finde, alleine sind die immer sehr, sehr stark. Ich empfehle euch auch immer mit dem Pinsel. Und wenn ihr das Ganze so ein bisschen mit einem Pinsel auftragt und vielleicht noch mit so einer spannenden Farbe wie dem Lila. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Komm, am Ende, wir probieren uns jetzt einfach so ein bisschen mal aus. Toppe ich das hier noch rüber, einfach für so einen leichten Flieder-Touch. Das ist schon ein schöner Ton, ne? Hier ein bisschen auf die Nase, Stirn. Lieben wir? Das ist schon nice. Jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen über meine Augen und fixiere das Ganze mit ein bisschen losem Puder. Nehme auch hierfür mein Microfiber Multi, Tue Mini, dreh es um und fixiere wirklich nur im inneren Bereich meines Gesichtes. Ich möchte heute diesen Glow beibehalten. Das ist ein ganz besonderer Glow. Also auch die Kombination, die ich jetzt als Foundation habe, die zeige ich euch am Montag. Aber mit dem Angel Aura Primer und diesen Blush Lights. Ihr seht es ja immer noch auf meiner Hand, ne? Das schimmert immer noch. Aber so fein. Das ist der Wahnsinn. Wow. Okay. Was sagen wir dazu? Lieben wir. Ich finde, das haben wir viel, viel zu lange nicht mehr gemacht. Einfach mal so ein bisschen mit Make-up zu spielen. Und das hat mir wirklich die letzten 5, 6 Wochen massiv gefehlt. So ein paar verschiedene Sachen auszuprobieren. Zu schauen, was gibt es Neues auf der Make-up Welt. Wie sind die Marken? Und das verändert sich ja auch alles immer so ein bisschen. Jetzt wird spannend. Ich habe nämlich 3 Lidschattenpaletten bekommen. Und ich wollte euch einmal die zeigen. Das ist die Glam Light Ice Cream Dream Palette. Das Auto war erstmal krass. Und auch das hier ist eine Ansage an Farben, ne? Also wir haben wirklich krasse Pastelltöne. Passend zu den Blushes und den neuen Nabler Cupids Arrow Eyelinern. Der ist jetzt in der Farbe Arrow Pop Lavender. Kann man mit Sicherheit schöne Lavendellooks mitmachen. Wir haben aber auch noch diese Palette von Lefe Cosmetics. Das ist die neue One-Up-Palette. Player One Player Two. In verschiedenen Tönen. Und ich finde diese Duo-Chromes und Grüntöne super, super spannend. Ich habe einen Look im Kopf. Und ich glaube, wir setzen den auch einfach mal um. Sie haben mir auch noch die neue Catrice-Palette geschickt, weil sie mitbekommen haben, dass mir die noch fehlt. Das ist die aus der Tropic Exotic LE. Die werde ich heute jetzt nicht benutzen. Ihr kennt die wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so überfordert, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Aber ich möchte, dass es ein schöner Look wird heute. Ich glaube, wir schminken mal das. Und wenn ihr ein Produkt hier seht, dem ich nicht genug Aufmerksamkeit gegeben habe, dann schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Dann kann ich für euch noch mal eine eigenständige Review zu dem Produkt selber machen. All right. Ich starte mit einem fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Butter Pecan. Das ist so ein schönes Orange. Ich klopfe ein bisschen ab und presse mir das erstmal hier hin. Und das ist so eine etwas intensivere Transition Shade. Ich weiß nicht, ob ihr was von Glamlite schon mal gehört habt. Die haben jetzt auch mit Michaela, die TikTok Queen herself, wieder eine neue Kollektion rausgebracht. Ich erinnere mich, Glamlite war vor einigen Jahren, vor drei Jahren ungefähr, überall. Wirklich überall, weil sie so spannende Paletten rausgebracht haben. Und das machen sie immer noch. Also so Food inspiriert oder jetzt hier Ice Cream inspiriert. Und die Texturen waren damals schon sehr, sehr gut. Also ich würde sie tatsächlich so ein bisschen mit BH Cosmetics vergleichen, aber noch ein Stückchen besser, was auch die Pigmentierung und die Blendability angeht. Also wenn ihr Glamlite noch nie probiert habt, dann schaut es euch mal an. Es sind wirklich gute Produkte mit dabei. Ihr seht, das pigmentiert des Wahnsinns. Wir haben auch einen Spiegel hier drin, oder? Ich baue mir die Farbe einfach mal auf. Es wird heute wirklich ein spannender Look, Freunde. Also nichts langweiliges, so wie die letzten Wochen, sondern intens. Dann gehe ich mit dem kleineren Pinsel in die Farbe Black Cherry. Das ist so ein Hot Purple. Und blende mir das Ganze aus und habe jetzt wirklich so einen intensiven Look. Ich habe lange nichts mehr Aufregendes an Lidschatten gemacht, ne? Fällt mir auf. Hat mir ein bisschen gefehlt. Aber ich hatte wirklich in den letzten Wochen und Monaten nicht die Ruhe. Ihr werdet bald wissen, warum. Aber es wird sich gelohnt haben. Wow. Okay, also Glam Light. Ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal, dass ich was von denen benutzt habe, war vor drei Jahren. Da waren sie schon sehr, sehr gut. Das ist klasse. Macht Spaß. Jetzt werden wir dunkler. Und ich nehme den Letizia und Maxim Brush Nummer 5 und gehe in die Farbe Chocolate. Das ist hier so ein dunkler Backsternrohton. Die Farbe hat ein bisschen Kickback, aber ich muss ganz kurz mal mit euch darüber reden. Hier sind 30 Farben drin. Die kostet, glaube ich, 40 Euro, 45 Euro. 20 Prozent, 30. Also jede Farbe kostet einen Euro, ne? Und das ist okay. Also das ist schon wieder... Neulich hatte mir das jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal so sehen soll, dass in der Drogerie zum Beispiel Lidschatten auch im Verhältnis einzeln auch teuer sind. Und absolut, absolut, wenn man das runterrechnet, ihr habt hier viele Farben, kann man das schon wieder so ein bisschen rechtfertigen. Die Base sieht schon gut aus und jetzt muss, ich muss einfach. Es ruft meinen Namen in der Lethal Cosmetics Palette in die Farbe Bonus. Ihr könnt es wahrscheinlich schlecht sehen in der Kamera, aber das ist ein Duo Chrome, der zwischen Lila, Grün und Rot shiftet. Und den gebe ich mir jetzt einfach... Liefel, ne? Wir kriegen es immer wieder hin. What is this? Seht ihr das? Diesen Schimmer. Ich swatche euch. Das sind diese Duo Chrome Shades und je nachdem, wie ihr euch bewegt, je nachdem, ob ihr sie mit einem nassen oder mit einem trockenen Pinsel auftragt, wirkt das alles ganz anders. Wahnsinnig schön. Also Liefel Cosmetics schafft es ja immer. Ich habe lange die Sachen irgendwie nicht mehr benutzt, weil einfach so viele andere Sachen rauskamen, aber welcome back. Vielleicht machen wir hierzu noch mal ein extra Video, wenn ihr wollt. Also das ist... Zu krass. Und wir haben noch den. Aber der passt jetzt, glaube ich, heute da nicht dazu. Ihr kennt die aber schon. Ich habe die in vielen verschiedenen Farben und ich benutze die tatsächlich auch regelmäßig in meinen Videos. Die sind halt einfach extrem pigmentiert und eignen sich sehr, sehr gut, auch um so eine Lidschatten Base zu machen. Also ihr könnt den komplett aufs Auge geben. Habt ihr dann so einen Purple Ton, so einen Lavendel Ton und dann toppt ihr den einfach mit eurem Finger und dann beispielsweise jetzt hier Holy Lavender oder Cookie Monster. Und könnt das dann fixieren und habt dann nochmal einen viel intensiveren Ton. Auch sehr, 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 sehr krass. Passt aber nicht zu dem Vibe, den ich heute wollte. Okay, wir machen das mal so. Lassen das jetzt erstmal so. Ich mache mal den unteren Wimpernkranz und dann haben wir noch was für die Läppen. Ich habe mir noch ein bisschen was auf die Augen gegeben. Mascara habe ich noch nicht drauf. Machen wir nochmal gemeinsam. Und da habe ich jetzt keine neue. Ich nehme jetzt einfach die hier von Maybelline, die Curl. Lashes wären dazu auch gut, ne? Aber es wird jetzt zu viel. Dann habe ich mir noch ein paar Punkte gemacht. Ich finde, das kaschiert immer Mascara-Fleckchen ganz gut. Und sieht dann immer noch so ein bisschen mehr vampy aus. Und jetzt wird es spannend auf den Lippen. Und zwar habe ich hier auch von Lethal Cosmetics ein Liquid Lipstick in der Farbe Tailwind. Ein super schöner Herbstton auch. Und ein Gloss in der Farbe Ultra Violet. Tragen wir mal auf. Ihr kennt die Liquid Lipsticks von Lethal Cosmetics. Die sind wie so ein Labello fühlen die sich an. Also sehr, sehr leicht. Du merkst es nicht. Super pigmentiert. Lassen wir mal kurz antrocknen. In der Zwischenzeit gibt es noch ein bisschen Bronzer. Was für ein Look ist das denn bitte? Und wir toppen das Ganze mit dem Ultra Violet Gloss. Und der passt halt perfekt zu dem Lidschatten. Ist ein glitzeriger Gloss, aber sehr, sehr fein. Sodass man ihn kaum sehen kann. Kann ich mir auf den Augen auch sehr, sehr schön vorstellen. Und Freunde, wir haben noch ein Spray. Das ist das Bang & Boom Brow Fixing Spray von Catrice. Funktioniert aber auch im Gesicht. Und ich würde sagen, das ist ein verdammt krasser Look. Ich glaube, der Look spricht definitiv für sich. Es hat so viel Spaß gemacht, diese ganzen neuen Produkte auszutesten. Es war kein einziger Flop dabei. Und ich bin super gespannt, ob ihr vielleicht die Produkte schon getestet habt. Welches Produkt euch am besten interessiert. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt ich nochmal exklusiv und ganz intensiv für euch testen soll. Ich setze euch alle Produkte, die ich benutzt habe, einmal unten in die Infobox. Schaut da vorbei. 20% kann man mal machen. Gilt ja nicht nur auf die Produkte, die ich euch hier gezeigt habe, sondern auf alle. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr Süßen. Ich liebe diesen Look und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.